Die beliebten Voss-Winter-Konzerte starten wieder an fünf Terminen, treten Singer-Songwriter einmal im Monat immer donnerstags im Bahnhofsbistro Hosum und dann am Tag darauf freitags im Friends-Bistro auf der Westerländer Promenade auf. Die Künstler sind in Deutschland weitestgehend unbekannt, in ihren Heimatländern aber sehr erfolgreich unterwegs. Pop und Fork, Country und Blues, die musikalischen Richtungen sind vielfältig. Die Voss-Winter-Konzerte sind im ruhigen Sylter Winter ein echtes kulturelles Highlight und das bei freiem Eintritt.